Julien Jörges! Willkommen in einer neuen Folge von Minecraft Warhol Summit Paluten! Gute Dank! 3, 2, 1, GO! Wir müssen ganz schnell auf den Server, denn Mr. Banks und Pixelwalf, so! Die kleinen Schlawiner. So. Jetzt bin ich mal wieder gespannt, was ich schreibe. Versteckt euch nicht! Mr. Banks und Pixelwalf! Ja, wie sie auch einfach schreiben hatten. Ich hoffe, die was machen würden! Als ob die was machen würden, Leute. Wir sind immer noch in der... Oh, guck mal, man kann essen und craften, während man in der Dings ist. Echt? Ja. Warte mal, dann prob ich mal hier, zeig. So. Das ist ja verrückt. Ja. Diese verrückte Technik. So, dann habe ich aber auch hier schon meine Pilzsummen. Traumhaft, drei Stück. Oh nein, ich habe die Pilze weggeworfen! Okay, wir sind verwundbar. Alles perfekt. Man kann nicht craften, während man... Doch, ich habe meine Pilzsumme eben gerade noch gecraftet. Du kannst sie übrigens jetzt auch schon bewegen. Nee, bei mir funktioniert das nicht. So ein Dreck. So, dann gucken wir doch mal. Hast du mir irgendwas ins Inventar geworfen, was ich noch wollte? Nein, nein, nein. Du hast nur die Dingens aufgesammelt. Hier den Glowstone. Was haben wir hier noch? Wollen wir jetzt... Weil wir haben ja gesehen, dass die beiden da auf dem Server gejoint sind. Wollen wir jetzt direkt wieder zurück und gucken, ob wir die in irgendeiner Weise finden? Ähm... Könnte... Wow! Wo bist du? Äh... Ich bin so ein bisschen weiter weggelaufen. In welche Richtung? Naja, ich bin direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Hi! Weil hier war noch so viel Quarz. Ja, ich würde sagen, es wird schwer. Die sind ja auch schon ein paar Minuten vor uns gespawnt, da rauszukommen. Und als ob die überhaupt da sind. Okay, okay. Wir können ja mal Spawn? Spawn? Fragezeichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die dann halt einfach nicht da sein werden. So, zur Zeit. Das wäre dann halt doof. Das wäre... Oh, hier ist noch mal ein bisschen mehr Quarz. Von den Firmen her. Also ich habe jetzt auch schon wieder 19 Level. Ich weiß nicht, wie viel Eisen hast du noch? Ähm... Wir würden echt... Wir würden kommen. Wie schnell, freie Zeichen. Wie schnell würden die kommen. So, aber an sich... Ich habe meinen Sharpness 4 Schwert und meinen Power 3 Bogen. Hast du noch keinen Power 4 Bogen? Doch, habe ich. Nein, habe ich nicht. Oh, okay. Oh, snap. Weil ich mich auf das andere Schwert konzentriert habe. Ich habe ja schon ein Sharpness 2. Okay, warte mal. Ich habe schon zwei Sharpness 2 Schwerter. Also ich kann die beiden zum Sharpness 3 Schwert machen. Und dann muss ich halt noch mal eins auf Sharpness 2 machen. Wollen wir machen? Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Also... Vom Ding her hätte ich Bock. Ich meine, Pixel Wolf ist ein guter Spiel. Ich weiß ja nicht, wie Dr. Banks... Also wie gut oder schlecht Dr. Banks ist. Nee, ich kenne ihn auch gar nicht. Ich... Also... Ich habe mal die beiden zusammen zocken sehen. Aber in der Aufnahme ist es natürlich immer was anderes. Und wie waren sie da? Ah, Pixel Wolf ist gut. Also der kann auf jeden Fall was. Ich weiß wie gesagt nicht, wie gut oder schlecht Dr. Banks ist. Ey, wie viel Essen hast du noch? Weil ich habe hier irgendwie... Pilz? Du musst Pilz aufmachen. Ja, 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 ja. Aber ich meine, wenn wir uns gleich im Kampf befinden, haben wir auch... Müssen wir auch vielleicht das eine oder andere mal... Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe noch ein bisschen Fleisch und sowas. Okay. Uh. Alter, mach keinen Scheiß. Ich bin zwei Blöcke runtergefallen. Entschuldigung. Ja, ich konnte dich ja nicht sehen. Ich mache mir ja nur Sorgen. Uh. Hier ist auch noch ein bisschen. Auf die Sorgen zu machen, ey. Ah, ich würde sagen, lass weiter hier fahren. Okay. Weil wir sind jetzt... Bis wir da hinkommen, weißt du? Dann schaffen wir gerade so da hin zu kommen. Ja, wir. Ach so. Ja, okay. Dann sind wir gerade so da. Und können dann gerade so da noch gegen die kämpfen. Ach. Ach. Ne, was mich einfach... Wenn, brauchst du auf jeden Fall noch mal einen Power-4-Bogen. Das war halt so schon mal ganz... Habt ihr noch eine Folge danach? Zack. Okay. Wir sind Tieren in der Höhle. Wir sind schon so ein kleiner Lügen-Baron. Ne, wir sind Tieren... Oh, ich habe mich verschrieben. Ich meinte, Hölle nicht Höhle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Guck mal, die haben noch eine Folge danach. Wir werden uns dann da am Spawn treffen in der nächsten Folge. Können wir machen. Warte mal, dann werde ich noch mal gucken. Wie viel Eisen hast du noch? 53. 53. Weil dann könnte ich versuchen mir ein paar Schwerter zu machen, um... Wie schnell bekomme ich denn den Sharpness-4-Bogen? Ey, easy, okay, das... Ah, Mist, wir haben ja nicht mehr... Ich habe noch einen Power-1-Bogen, den ich dir geben könnte. Mhm. Und ich habe auch keine Strings mehr. Okay, das ist schlecht. Ich habe gerade nur noch zwei Strings. Hier laufen keine Spinnen in Ernährung. Ne, ne, ne. Ja, dann kriege ich ja besser einen Bogen mehr. Welche Power? 4 und Sharpness 4. Dann wäre es ganz cool. Wieso habe ich hier so viel Neterquartz? Blub, blub, blub. Dann gib mir mal bitte ein bisschen Eisen, damit ich mir ein paar Schwäder machen kann. Dann werde ich die mal alle versuchen zu verzaubern etc. Ich habe echt so viel Level, also so eine Verschwendung. Wie viel Level hast du? Ja, ich habe 24. Was? Wie hast du das so schnell bekommen und wieso bin ich gerade so unproduktiv, Alter? Ich finde keinen, äh, keinen... Ne, da drüben ist ja noch ein bisschen Quartz. Ja, da muss man sich halt drüber bauen, das ist das Problem. Ja, das ist natürlich, wenn da so ein kleines Guard... Alter, wie Brain-AfK ich gerade war. Wieso? Kann ich dir nicht sagen, das ist ein Geheimnis. Mhm. Zack, Iron Sword. Achso, warte mal, dann soll ich den Verzaubungstisch auch mal aufstellen. Den... Den... Scheinbar... Hast du den Verzaubungstisch? Nein. Oh, Mama, der du ist da. Oh, 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 und Zombie auch. Okay, das ist natürlich... Verdammt, warte mal, das macht das Ganze jetzt ja... Ey, das wird... Das wird sau interessant jetzt. Achso, warte mal, warte mal, warte mal, wo bist du hin? Du hast den Verzaubungstisch. Alle laufen im Sport, ich bin beim Sport, ich bin beim Sport ohne dich, ah! Ja! Als... Als ob, Digga, als ob. Warte mal, wo bist du denn? Ach, da unten. Warte mal, ich muss mal zu dir kommen, weil du hast ja den Verzaubungstisch. Oder? Äh, ich hoffe das mal. Weil ich... Nein. Doch. Doch. Oh Gott. Aber du hast den Amboss, ne? Ja, ich hab den Amboss, aber ich geh mal hier runter. Oh, hier fällt man auch ein bisschen tief. Aber ist ja kein Problem. Weil den Amboss brauche ich jetzt dringend. Okay, warte, ich komme. Oh, oh. Sneaken. Damit ich hier nicht runterfalle, ich möchte jetzt hier nichts. Hi! So. Einmal Amboss, tauschen wir. Danke. So, komm schon, dann einmal bitte, bitte Sharpness hier. Sharpness 2, Sharpness 2. Oh, das war sogar Sharpness. Ja, das kostet einen neuen Level und ich depp, ich hab das die ganze Zeit nicht gemacht. Ja, man, ich bin so dumm. Irgendwo ist das Eisen. So, jetzt machen wir nochmal ein paar Schwedder hier. So. Zack. Mehr Sticks hab ich nicht. Und wir bekommen einmal Trommelwirbel. Unbreaking. Na, dankeschön. Hab dir noch eins hingeworfen und noch eins hier. Okay. Juhu, Bane of Arthro. Warte mal, dann kann ich die jetzt beide hier reinlegen. Zack. Achso, dann kommt so eins. Das ist ja nice. Okay. So, dann verzaube mal. Oh, nochmal Sharpness. Ich hab Sharpness auch bekommen. Zack, dann werde ich die schon mal direkt zusammenfügen. Und nochmal Sharpness. Ich werde die gleich mal zusammenfügen, hier. Sharpness 1, Sharpness 2, macht Sharpness 2. Oh, weee. Oh, wir sind so produktiv. Noch ein Unbreaking. So, jetzt holen wir hier ein paar. Ich mein Eisen. Ich mein Eisen. Oh verdammt, ich hab gar nicht mehr so viel Eisen. Unbreaking 1 und Bane of Arthropos hab ich mit Level 1 bekommen, aber trotzdem scheiße. Ja. Ja, stimmt. Kann ich auch gar nicht machen. Zack. Und. So, jetzt Daumen drücken. Sharpness 1. So, jetzt kann ich nochmal. Nicht, bitte nicht wegnehmen. Okay. Unbreaking. Mein Unbreaking 1 und Unbreaking Dings kann ich zusammencraften zu einem normalen. Lass das nicht verschwinde. Und dann mach ich da nochmal so. Nochmal Unbreaking bekommen. Knockback. Ey, ich krieg auch nur Mist da drauf. Nur Scheiße. No crap. Na komm, 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 komm. Yes. Nochmal Sharpness. So, dann hab ich nochmal das eine Unbreaking und das kann ich nochmal verzaubern. So, das wird hier nochmal ein Sharpness 1-Schwert. Perfecto, mecto, schecto, vecto, vecto, in the hecto, vecto, from the shito, vecto, vecto, mecto. Sharpness 1, Sharpness 1. Sharpness 2. Oh, ich brauch knapp so wenig Level. Yes. Nochmal Sharpness. Nice. Oh, schnell. Ich brauch schnell noch mehr Level. Gebt mehr Level. Level. Boah, ist das Schwede dabei. Warte mal, jetzt kann ich hier zumindest schonmal. Warte mal, wieviel Level kostet das denn? Komm her. Sharpness 2. Sharpness 2. Neun Level, ich bitte euch. Come on. Müssen wir aber vielleicht auch das eine, weil ich hab absolut keine Ahnung, wo Mauda-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. Oh, hier geht's nochmal ein bisschen runter. Oh, meine Nase ist hier. Oh, hier geht's nochmal auch. Verdammt, wie soll ich denn da runter? Einfach, da muss ich mich einfach längs graben. Okay, du bist kleiner. Warte mal, da unten. Aber da ist ja auch nicht so viel. Warte mal, ich grab mich einfach noch da vorne. So, Entschuldigung. Einmal hier längs. Bitte keine Lava. Zack, zack, zack. So. Hört nicht so viel quatschen hier, mein scheiß Smalltalk. Der bringt mich ganz aus dem Konzept. Ich wollte nur Level farmen und dann wollte ich die ganze Zeit Smalltalk immer sich halten. Das ist doch traurig. Ja. So, komm. Wir müssen ja wirklich farmen hier. Zack. Warte mal, wieso nehme ich nicht das? Alter, ich höre die ganze Zeit... Ach, die Lava müsste da irgendwo links sein. Und seitdem Stegi da in der Lava gestorben ist, habe ich so ein bisschen Respekt vor der Schnelligkeit der Lava hier im Neta. Weil das war ja richtig krass. Ja, das fließt wie Wasser. Und das ist nicht angenehm. So, jetzt mal hier einmal um die Seite. Mann, ich darf nicht viel schalten. Okay. Ich muss farmen, 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 farmen. Ah, hier ist doch wieder... Ach, was, jetzt bist du auf einmal hier? Meins, 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 meins. Alles meins. Ich habe vier Level, ich habe vier Level, ich habe vier Level. Hey, wie bist du da hin gekommen? Ähm, hier vorne, warte, ich komme mit. Hier vorne rein. Ach da. Ich bin drin, bin drin. Ey, geh raus aus mir. Oh, komm mal hier. Moin. Nicht schlagen! Nein! Okay, das würde ich doch niemals tun. Dir traue ich alles zu. Okay, jetzt habe ich zumindest schon mal nochmal Sharpness 3. Das ist schon mal ganz toll, aber jetzt brauche ich trotzdem... Sharpness 1 und Sharpness 1 macht Sharpness 2. Sharpness 2 und Sharpness 2, das brauche ich wie viel Level? 9. Ich meine, sonst können wir es ja auch einfach so machen, dass zumindest... Okay, die beiden werden jetzt schon mal ausgelockt. Ah, dann haben sie aber nicht viel verloren, wenn sie jetzt zum Spawn gekommen sind und dann ja ausgelockt wurden. Dann haben sie nicht viel verloren. Aber ich dachte, wir noch ziemlich sicher... Oh, Alter, das war knapp. Bin, äh, dass, ähm, ich denen das doch so angedeutet habe, dass wir es erst nichts vorher geschaffen, recht früh, oder? Bin, war ich eigentlich auch der Meinung. Ich weiß jetzt nicht, ob du das kommuniziert hast. Weil... Ich meine, die waren jetzt ja auch... Ich meine... Ich wollte die jetzt echt nicht irgendwie bewusst verarschen, dass sie die Zeit verlieren, dass sie zum, äh, weil sie dann zum Spawn gehen. Ja, aber ich meine... Das wollte ich jetzt echt nicht. Ich meine, selbst wenn... Wir sind hier immer noch... Weil das... Das darf man ja auch immer noch nicht vergessen. Wir sind hier immer noch in einem Vanilla-Roleplay. Und andere Leute zu verarschen, pipapo, ist jetzt ja keine, keine irgendwie... Oh, das ist wieder so unfair. Das war ja auch diese Sache mit, äh, Tim und Stegi. Ich meine, das, das... Man muss einfach auch taktisch denken. Und wenn die dann eben letztlich darauf, in Anführungszeichen, reinfallen, wenn man sagt, ja, komm zum Spawn. Ich meine, die können ja immer noch sagen, ja, nö, nö, haben wir keine Lust zu. Ja, klar. Weiß ich nicht. Ich seh das immer so ein bisschen. Wir sind alle Gegner. Ich möchte hier... Oh, Alter. Ich fang mal hier fast. Ich möchte doch versuchen, hier möglichst, äh, die Gegner nicht unbedingt zu, zu boykottieren, äh, boykottieren, aber zu sabotieren. Das ist alles Taktik. Come on line. Ich brauch nur Level, 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 Level. Ich brauch Eisen. Das wär so was, was ich mal gebrauchen könnte. Ich hab gleich zwei Sharpness-3-Schwerter. Echt? Mhm. Weil ich hab auch noch ein Sharpness-3-Schwert. Das könnte, dann könnte ich jetzt schon zusammen craften. Ja, ja, warte, dann komm ich zu dir. Weil das ist ja wenigstens dann schon mal cool, wenn einer, äh, Sharpness-5 hat. Ähm, dann muss ich nur gucken, wie viel Level braucht man, um zwei Sharpness... Weißt du das noch aus dem Kopf, weil das haben wir ja schon gemacht, oder? Waren das nicht siebzehn? Weil die muss dann... Achso, die... Nee, dann müssen das vierzehn sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Wie viel hast du denn? Sieben gerade. Oh, okay. Dann kann ich ja wieder weggehen. Ähm, warte mal, ich bräuchte... Oh, ich muss mal kurz Pilze farmen. Ich hab nämlich gar nichts mehr zu essen. Neun hab ich schon. Zehn hab ich. Das geht echt sau schnell. Wenn man genug zum Abfarmen hat. Das stimmt. Hallo, kleine Pilze. Man muss halt echt seine Zeit irgendwie effektiv nutzen. Ja, ich mein, stell dir... Oh, da vorne ist sogar noch ne... Ich hab'n Blaze übrigens da hinten gesehen. Ja, hier ist ja auch ne komplette Festung. Ja. Aber ich glaube, das sind schon Nether Wars und so weiter weg. Würdest du sagen, es lohnt sich noch Tränke zu machen? Zwölf Level hab' ich. Eher nein sagen. Also keine Ahnung, wenn ich mich in nem fetten Fight befinde, dann denk' ich ja nicht unbedingt da dran, jetzt nochmal schnell einen Trank zu tränken. Eben. Und diese Wurftränke von Poison? Nee, Schwäche oder irgendwie? Oder irgendwas? Irgendwas gibt's denn? Ja, das weiß ich nicht. Wenn du richtig gut triffst, das könnte ein Vorteil sein. Aber ist wahrscheinlich für uns nicht so relevant, ne? Ich glaub' eher nicht. Also ich muss sagen, dass ich eher sowieso schon eher der Typ bin, der einfach draufkloppt. Ja. Also wenn ich den dann gut in der Combo drin hab'. 14 Level hab' ich. Glaubst du das richtig? Äh, ich glaube. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Komm' schnell zurückgelaufen. Okay. Kannst du auch kurz kommen? Jo. Das wär' saustark. Oh Gott, jetzt wär' ich grad' abgeschossen. Ja! Ja! Dehner? Ja, kein Ding für den King. Ey, da gibt's nichts zu lachen. Ja, ey. Jedes Mal, wenn du schreist, ey, das kann entweder bedeuten, dass irgendwas passiert, dass du runterfällst oder einfach... Oh Gott! Oh, was ist passiert? Da, da, ja, da. Oh Gott. Ach, komm. Das ist doch ein Scherz. Hä? Was? Wo hat der denn seine Hitbox? Okay, er ist tot. Perfekt. Ne, der war ein Gast. Oh, ich hab's überall gehört. Ich bin, glaub ich, leicht nah bei dir. Also ich bin jetzt hier beim Verzauberungstisch. Perfekto. Ich seh deinen Namen leider nicht. Ich hab' aber gehört, wie Dings gestorben ist. Ich muss echt ganz nah bei dir sein. Hä? Hier unten? Ne. Da unten, da unten, da unten. Hier. Hier bin ich. Ja, ich hol mir erstmal hier die Pilze. Okay. Ist die Brücke irgendwie kaputt, irgendwie so? Was hast du mit der Brücke gemacht? Ich hab gar nichts mit der Brücke gemacht. Ich glaub, es hat ein Gast gegen geschossen, als du drauf warst. Ne, ne, da bin ich gar nicht rübergegangen. So, jetzt schnell. Kannst du mir jetzt eine geben? Äh, jo. Hier, bitte sehr. Hier, Schapness 2 und Schapness 2. Okay, danke, danke. Danke für Schapness 3. Oh, schnell. Schapness 3, Schapness 3. Oh, warte mal, wir müssen, wir müssen mal kurz mal... Ich hab 2, Schapness 4 Schwerter. Okay, okay, okay. Lass uns das trotzdem mal rein provisorisch einfach mal abbauen. Okay. Zack. Okay, okay. Okay, das passt ja. Und... Okay. Blup. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Level der mir gleich anzeigt. Ob ich das direkt schon schaffe. Ich bin richtig gespannt da drauf. Die Dinger halt zusammen zu craften, ne? Ja. Deine Aufnahmezeit wurde aufgebraucht. Okay. Ja, gut. Ich würd sagen, das war's für heute, oder? Oder hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nö, also wir müssen jetzt mal gucken. Ähm, wir sind jetzt so kurz vor der, ähm... Vor der, ähm, Dings-Folge. Vor der, ähm, vor dem Schapness 5-Schwert. Das sollten wir auf jeden Fall auch schnell fertig machen. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und dann könnte man eigentlich auch kämpfen, oder? Kämpfen hört sich extrem gut an. Und ich glaub, My The Day To Do und Zombie sollten auch bald wieder auf den Server kommen. Weil die haben gerade... Die sind aber jetzt sogar noch auf dem Server. Die sind noch drauf und vielleicht nehmen wir noch eine zweite Folge auf. Weil die haben gerade Folge 20 aufgenommen. Oh, dann... Nicht unwahrscheinlich. Also. Lasst uns... Lasst uns die Folge beenden. Und die nächste Folge starten, Leute. Okay, okay. Und die seht ihr dann morgen. Das war's für heutige Folge. Drückt hier nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.